Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja beim letzten Video schon erzählt, dass es heute um das Thema geht, wie gehe ich als Angehöriger oder Außenstehender mit einem Betroffenen von Depressionen um. Dazu hatte ich euch auf Instagram gebeten, mir einige Situationen zu schicken, die ihr so als Angehöriger mit Betroffenen habt oder auch hattet, weil ich es immer einfacher finde anhand einer Situation zu sagen, das und das hätte vielleicht gerade besser funktioniert oder wäre für mich persönlich besser gewesen. Ich bin natürlich kein Coach oder irgendjemand, der jetzt die perfekte Antwort auf alles liefern kann, aber ich kann euch sagen, was mir persönlich in diesen Momenten geholfen hätte und vielleicht treffe ich damit auch den Nerv von ganz vielen anderen Betroffenen, die sagen, ja genau so hätte ich mir das dann auch gewünscht. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ich lese euch die Sachen direkt von meinem Handy vor, weil ich mir die Nachrichten abgespeichert habe, blende sie aber für euch hier an der Seite auch nochmal ein, dass ihr sie auch nochmal lesen könnt. Die erste Nachricht war, Ich tue mich schwer damit und fühle mich hilflos, dass mein Sohn schon seit über fünf Jahren krank ist, keine Ausbildung möglich ist, er nur seinen Hauptschulabschluss machen konnte und es keinen Plan für seine weitere Zukunft gibt. Auch er leidet darunter und ich weiß immer öfter nicht mehr, was ich ihm zur Ermutigung noch sagen könnte. Ich verfolge deine Seite schon lange, unterstütze ihn auch bei seinen Auszugsplänen, um selbstständiger zu werden. Es ist halt auch eine Belastung, vor allem für mich, da ich alleine verdiene, eine finanzielle Belastung. Okay, grundsätzlich kann ich die Sorge total verstehen, weil ich weiß, wie verzweifelt man ist, wenn man das Gefühl hat, dass es gerade wahrscheinlich beim eigenen Kind nicht vorangeht, diese Erkrankung immer tiefer geht. Ich finde das super, dass du ihm ermutigst, selbstständiger zu werden. Ich glaube, das ist auch eine richtig, richtig gute Einstellung zu der ganzen Sache. Bei mir war es so, dass ich ja auch jetzt Ewigkeiten nicht arbeiten konnte. Also ich habe ja 2010 meinen Realschulabschluss gemacht. 2011 habe ich, also bis 2011 habe ich dann danach meine erste Ausbildung gemacht. Dann war ich ja schwer krank und bin in eine Klinik und alles Mögliche. Beziehungsweise, nee, gar nicht, war noch gar nicht in eine Klinik. Ich war erst in einer ambulanten Therapie, dann habe ich meine zweite Ausbildung angefangen für ein Jahr. Das war dann 2013 bis 2014, Ende 2014. Und dann war ich wieder so schlimm krank. Dann bin ich in eine Klinik und ab Ende 2014, also Oktober 2014, hatte ich das letzte Mal gearbeitet. Und wenn ihr das jetzt mal durchrechnet, sind das bis 2020 sechs Jahre gewesen, die ich nicht wirklich gearbeitet habe und auch nicht wirklich arbeiten konnte. Ich habe auch selber die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, werde ich das jemals wieder können. Und ich war selber in dieser Verfassung, dass ich auch wirklich dachte, ich werde niemals wieder arbeiten können. Weil ich immer, wenn ich nur den Gedanken daran hatte, also ich hatte schon ganz schlimme Panikattacken eine ganze Zeit lang, als ich an dem Punkt war, wo ich morgens mal unterwegs war und Leute gesehen habe, die zur Arbeit gefahren sind. Das hat in mir so einen Druck und so eine Panik ausgelöst, dass ich jedes Mal dachte, ich werde niemals mehr arbeiten können. Und es wird einfach nicht funktionieren, weil ich ja schon keine Luft mehr bekomme, wenn ich sehe, dass andere Leute arbeiten gehen. Und ich habe es auch nicht für möglich gehalten. Aber wenn man das jetzt mal rückblickend sieht, habe ich genau diese ganze Zeit gebraucht, um mich selber erstmal zu finden, um zu gucken, wo gehöre ich überhaupt hin, was möchte ich überhaupt. Und ich hatte auch nie richtig Ziele. Also ich hatte noch nicht mal in der Realschule beim Abschluss, dass ich sagen konnte, das möchte ich werden. Ich wusste nie, was ich beruflich machen möchte. Niemals nie. Von daher möchte ich dir ein bisschen Mut zusprechen, dass wenn du ihn dabei unterstützt, dass es ihm gesundheitlich wieder besser geht, dass ihr gemeinsam nach einer Therapie schaut, dass du, wenn er dich braucht, auch für ihn da bist. Und wie du schon sagst, dass du ihm auch hilfst bei den Auszugsplänen und so. Das ist schon mal ein Riesenschritt und so viel wert. Wenn er dann merkt, dass es ihm immer besser geht, dann ist es so, wie wenn die dunklen Wolken so ein bisschen Platz schaffen für klare Gedanken. Und wenn die klaren Gedanken da sind, dann hat man auch wieder mehr Ideen und Visionen und ein Gefühl dafür, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht. Aber es braucht halt seine Zeit. Es ist wirklich nichts, was man von heute auf morgen schnell entscheiden kann. Oder auch irgendwie, wenn man eine Therapie macht, ist das ja auch nichts, was von heute auf morgen geht. Ich weiß nicht, an welchem Stand er gerade ist, ob er eine ambulante Therapie schon gemacht hat oder nicht. Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, geht es bitte mal an oder vielleicht auch im Klinikaufenthalt, dass er das Gespür dafür bekommt, dass umso mehr er daran arbeitet, der Depression oder auch seinen anderen psychischen Erkrankungen, das, was ihm alles schwerfällt, dass es wieder besser werden kann, dass diese Wolken zur Seite gehen, dass das Licht ein bisschen heller wird und dass auch wieder mehr klare Gedanken herrschen. Und ich glaube, dass ihr dann auch einen guten Weg finden könnt, was er beruflich machen kann. Und bei mir war es jetzt ja zum Beispiel so, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, weil ich einfach für mich gemerkt habe, in einem Angestelltenverhältnis funktioniere ich halt nicht gut. Ich kann das nicht. Ich habe ein Problem damit, mir von jemandem sagen zu lassen und mich beurteilen zu lassen, anhand einer oder zwei Leistungen, ob ich gut oder nicht gut bin. Ich habe da riesen Probleme mit und ich finde, dass man jetzt sagen könnte, ja, das muss man aber lernen und das ist halt im Leben so. Oder man macht das so wie ich und sagt, ja, das ist halt was, was ich nicht kann, das gestehe ich mir ein, das ist eine Schwäche von mir. Beziehungsweise ich würde nicht mal Schwäche sagen, sondern ich kann das einfach nicht. Und suche mir dann ein Ziel, womit es besser klappt. Und mein Ziel ist, dass ich mich dann einfach selbstständig gemacht habe. Ich bin mein eigener Chef, es sind ja schon meine Regeln. Und wenn ich einen Fehler mache, bin nur ich dran schulde und ich kann ihn auch besser machen. Das ist einfach mein Weg gewesen und so würde ich jedem ans Herz legen, seinen eigenen Weg zu gehen. Was das Finanzielle anbelangt, kann er, wenn er ja jetzt schon länger nicht gearbeitet hat, bekommt man ja erst mal das Krankengeld für anderthalb Jahre und danach kann er die Erwerbsvonderungsrente beantragen. Und das würde ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das einfach mal anzugehen und euch da auch finanzielle Unterstützung zu suchen und euch da ein bisschen schlau zu machen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Nachricht. Wie die beste Freundin Borderlinerin mit ADHS und Depression von der toxischen Beziehung zu Exfreundin abhalten und den Umgang zu positiven Menschen nahe legen. Sie weiß, wer ihr gut tut, aber hat eine Co-Abhängigkeit und flüchtet sich im Alleinsein eher dorthin als zu Menschen, die ihr gut tun. Ja, das ist eine schwierige Sache, aber gar nicht so ungewöhnlich. Also, wenn du merkst, dass sie selber das noch gar nicht so richtig kann, dann ist es trotzdem wichtig, dass du ihr nicht das Gefühl gibst, dass sie deswegen ein schlechterer Mensch ist oder so. Also, ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich tue mich auch sehr schwer damit, toxische Dinge zu beenden oder für mich dieses Gefühl zu entwickeln. Ich habe was Gutes verdient, ich habe was Besseres verdient und umgebe mich auch oft mit Menschen, die mir nicht gut tun. Das hat ganz viel mit Dingen aus der Kindheit zu tun, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass man nichts wert ist oder nichts Besseres verdient hat und deswegen sich auch schwer tut, wenn man dann mit Menschen zu tun hat, die genau das wieder erfüllen, da dann Abstand zu gewinnen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mir aber immer wieder klar vor Augen hält, dass sie mich genau mag, wie ich bin, dass ich so viele tolle Sachen schon geschafft habe. Natürlich sagt sie mir auch, das ist natürlich nicht gut, das weißt du, aber wenn du darüber sprechen möchtest, kannst du jederzeit zu mir kommen. Und das Wichtige ist halt, dass du als Freundin sie nicht davon irgendwie abhalten kannst oder da so eingreifen kannst, dass du sagst, du gehst da jetzt nicht hin und bla bla bla, sondern verhalte dich einfach so, als würde es dieses Problem zwischen euch nicht geben, weil es ist ja für euch beide eigentlich kein Problem. Ihr seid ja trotzdem gute Freunde und da ist es der Part, als Freundin einfach nicht übergriffig zu werden, sondern bei sich zu bleiben und zu sagen, wir beide sind Freundinnen und das, was du außerhalb unserer Freundschaft machst, muss ich ja deswegen nicht alles gut finden und trotzdem bin ich für dich als Freundin da. Und ansonsten ihr vielleicht auch nochmal ans Herz legen, in therapeutische Behandlung zu gehen. Ich weiß es ja immer nicht, wer von euch in therapeutischen Behandlung ist und wer nicht. Ich kann es euch immer nur wieder raten, genau bei diesen toxischen Sachen hilft es sehr, über das Selbstwertgefühl einiges zu lernen, sich darüber zu belesen, was hilft, wie kann ich Abstand gewinnen, wie bleibe ich mehr bei mir und vielleicht mit ihr gemeinsam auch mal so ein Mädelsnachmittag machen, wo ihr euch hinsetzt und diese Dinge aus dem Internet raussucht und vielleicht auch Sachen, die ihr dann gemeinsam machen könnt fürs Selbstwertgefühl. Einfach sie unterstützen, um auf den richtigen Weg zu kommen, aber nicht an ihr rumziehen und sagen, jetzt verstehe doch endlich mal, sondern da bedarf es oft tatsächlich therapeutische Hilfe. Dann kommen wir zur dritten Nachricht. Es geht um meinen Freund, der damals in einer schweren depressiven Phase war. Wir hatten Pläne ausgemacht für den nächsten Tag, in Klemann spazieren gehen. Am nächsten Tag wollte er dann nicht aufstehen. Ich habe alles versucht, ihn sogar angeschrien, angefangen zu weinen, ihm gedroht Schluss zu machen etc. Und es kam trotzdem keine Reaktion. Er war wach und hat nicht mal mit mir gesprochen. Zu dem Zeitpunkt hat er bei seinen Eltern gewohnt, die auch beide an Depressionen leiden. Ich wusste mir nicht zu helfen und bin dann nach Hause gefahren, anderthalb Stunden entfernt. Mittlerweile ist alles okay, aber in dieser Situation hätte ich Hilfe und Unterstützung gebraucht und wüsste gerne, wie ich es hätte besser machen können. Schwierige Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir läuten die Alarmglocken, wenn ich höre, ich habe ihn angeschrien und ihm gedroht Schluss zu machen. Das ist natürlich das Allerschlimmste, was du in diesem Moment tun kannst. Und damit sorgst du eigentlich noch viel mehr dafür, dass er sich noch mehr zurückzieht. Das Ding ist einfach, wenn du in einer wirklich depressiven Phase steckst, dann bist du in einem Loch, dann bist du wie in einer Hülle ummantelt. Du kriegst zwar irgendwie noch so ein bisschen mit, was außenrum passiert, aber es berührt dich nicht. Es kommt nicht an. Und du siehst, was passiert, aber du fühlst es nicht. Du stehst da und siehst es und denkst, es ist einfach alles nur schrecklich. Und du willst aus dieser Bubble irgendwie raus, aber es funktioniert nicht. Und wenn dann noch jemand vor dir steht, dich anschreit und dir droht, dich völlig alleine zu lassen, ist das natürlich nicht ganz so nice. Und ich verstehe absolut deine Verzweiflung, wenn man dann an einem Punkt ist, wo man denkt, Alter, reagier doch mal. Aber wenn jemand da ist und nicht mehr reagiert, dann würde das eher helfen, wenn man sich vielleicht ein bisschen selber runterfährt. Das versucht es, ein ruhiges Gespräch irgendwie zu suchen und zu sagen, Hey, wir wollten ja spazieren gehen. Hast du Lust? Möchtest du? Ich würde mich freuen. Wenn keine Reaktion kommt, so nach einigen Sätzen, denjenigen aber nicht weiter unter Druck setzen. Und dann sagen, okay, ich merke, dass es dir gerade nicht gut geht. Sag mir einfach oder schreib mir, was du brauchst, wenn du eine Umarmung möchtest. Ich bin hier, ich gehe auch nicht weg. Und dich dann vielleicht einfach in die Nähe setzen, sodass der Betroffene jederzeit die Möglichkeit hat, sich von dir dann gerade das zu holen, was er braucht. Und da halt auch ein bisschen selbstlos zu sein. Also man darf das nicht persönlich nehmen, aber derjenige kann dann nicht anders. Und es hilft überhaupt nicht, den dann noch unter Druck zu setzen, sondern wirklich anzubieten, das alles im Ruhigen anzugehen. Und auch zu sagen, okay, wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, ich bleibe bei dir, ich halte das auch mit dir gemeinsam aus. Vielleicht gehen wir dann heute Abend nochmal spazieren, wenn es dir dann besser geht. Also so ein bisschen die Führung übernehmen. Das heißt nicht, dass man alles abnehmen soll, aber so ein bisschen den Weg einschlagen, wo es hingehen könnte. Und wenn du merkst, aber dass es dir nicht gut tut, dort zu bleiben und dass es dich maßlos überfordert, ist es natürlich die richtige Entscheidung auch zu fahren, weil du auch immer auf dich selber achten sollst. Also du sollst nicht dort bleiben, bis es dir genauso schlecht geht, sondern wenn du sagst, du pass mal auf, ich kann es total verstehen, dass es dir schlecht geht, aber mir geht es mittlerweile auch sehr schlecht. Deswegen, und ich brauche jetzt mal auch mal Zeit für mich, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Tagen uns dann nochmal sehen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und wenn irgendwas ist, kannst du dich weiter an jeder Zeit melden, aber mich fängt es an sehr zu belasten. Ich glaube, dass es auch sehr für Angehörige hilfreich sein kann, wenn sie sich auch in Selbsthilfegruppen vielleicht begeben, wo man einfach mal gemeinsam darüber sprechen kann, wie es denn so ist als Angehöriger und auch das Gefühl zu haben, auch damit nicht alleine zu sein. So, dann nehmen wir nochmal die nächste Sache. Das ist eine tolle Idee. Mich persönlich würden Tipps interessieren, wie man lernt, Nein zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen und ohne sich erklären zu wollen. Neige dazu, mich zu überfordern und nicht für mich einzustehen. Wenn ich auf etwas auch einfach mal keine Lust habe oder nicht ausreichend Zeit habe, dann immer Angst, die Leute könnten denken, ich sei faul und würde mir nicht genug Mühe geben. Das ist jetzt, glaube ich, aus der Sicht eines Betroffenen. Das kenne ich sehr gut, weil man immer denkt, wenn die anderen dir schon Hilfe anbieten, dann musst du sie ja annehmen. Wenn du dann noch absagst, bist du eigentlich selber schuld, dass keiner mehr für dich da ist. Das ist aber völliger Quatsch. Da geht es wirklich um ein Geben und Nehmen. Und wenn du merkst, du kannst nicht, dann ist es wirklich an der Stelle der Angehörigen, da sehr, sehr viel Geduld mit reinzubringen und sehr, sehr viel Verständnis. Also, wenn ich mich mit jemandem verabrede und sage, lass uns morgen spazieren gehen und ich stehe morgens auf und mir geht es so elendig, dass ich das Gefühl habe, ich packe das nicht. Darf ich mich melden und sagen, du, ich bin heute Morgen aufgestanden und mir geht es echt nicht gut. Ich würde das gerne verschieben oder ich kann heute nicht. Das ist mein Part. Der Part des Angehörigen wäre da zu sagen, das ist absolut kein Problem. Ich kann das total verstehen, wenn du noch Bedarf hast, vielleicht darüber zu sprechen. Melde dich gerne, ich bin für dich da, ruf mich an. Und melde dich auch vor allem gerne, wenn du Lust hast, nochmal einen Spaziergang zu machen. Wenn derjenige, der Betroffene sich dann vielleicht wochenlang wieder nicht meldet, dann darfst du auch gerne nochmal nachfragen als Angehörige und sagen, hey, meine Liebe, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir wieder ein bisschen besser, letztes Mal ging es dir nicht so gut. Hast du vielleicht Lust, diese Woche das Spazierengehen nachzuholen oder möchtest du gerne mit mir einen Kaffee trinken gehen? Also in großen Abständen schon da sein, aber nicht aufdringlich sein. Und vor allem, gib bitte niemandem ein schlechtes Gefühl, wenn er absagt. Denn grundsätzlich ist Absagen schon mal richtig viel wert, finde ich, weil es natürlich viel einfacher ist, einfach abzutauchen. Das machen auch sehr viele aus Angst vor Ablehnung. Wenn sie sich einfach nicht mehr melden, ist es oft so, dass man denkt, es ist einfacher, dass ich einfach weg bin. Ich muss mich dann auch nicht mit irgendwas auseinandersetzen, mit irgendwelchen Diskussionen, die ich nicht führen möchte, weil es ist immer eine Angst, wie reagiert der andere, wenn man sagt, heute nicht. Ich denke, dass es einfach ein Zwischenspiel aus beiden Seiten ist und dass es auch was mit Respekt zu tun hat, zu sagen, hey, es ist völlig okay. Und auch mit einem Erwachsenenverhalten. Also, wenn jetzt jemand absagt und man sagt, ja, toll, aber jetzt habe ich extra alles nur für dich vorbereitet und bababababa, dann kann ich euch versichern, dass der Betroffene oder die Betroffene euch nicht nochmal um Hilfe bitten wird und fragen wird, ob ihr für denjenigen da seid, weil das kann man nicht ertragen und aushalten in den Situationen, wo man steckt. Da braucht man wirklich fein Gefühl. Und das ist, wie gesagt, total verständlich, wenn die Nerven irgendwann mal am Ende sind. Aber eure Verantwortung liegt darin, euch um euch auch gut zu kümmern. Also als Angehöriger ist man nicht nur dafür da, sich um den Betroffenen zu kümmern, sondern eure Verantwortung ist es genauso, euch gut um euch selbst zu kümmern. Und zwar eure Grenzen einzuhalten. Wenn ihr merkt, es belastet mich, zieht euch aus der Situation raus. Wenn ihr merkt, ihr braucht mal jemanden zum Reden, sucht euch das Gespräch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet euch mit anderen mal austauschen, sucht nach Selbsthilfegruppen. Ihr könnt nicht verlangen, wenn ihr viel für einen Betroffenen da seid, dass der euch das alles zurückgibt, weil das kann der nicht. Das ist einfach nicht möglich. Das kann derjenige vielleicht, wenn er wieder fit ist und nicht mehr in dieser depressiven Phase steckt. Aber in dem Moment, wo man drinsteckt, kann man nichts geben, weil man so leer ist. Man kann da auch oft ja nicht mal was annehmen. Also es ist sehr anstrengend, sehr nervenaufreibend und ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Aber es hilft wirklich geduldig zu bleiben, immer wieder in den Austausch zu gehen, aber ohne Druck und ohne dieses ganze Ja und heute um die und die Uhrzeit bin ich dann da oder dann musst du mitkommen und wir machen auf jeden Fall was. Das kann halt schnell zu Druck führen. Was ich noch als eigenes Beispiel, was mir gerade einfällt, was ich wirklich wichtig finde, ist, wenn es auch unter Jugendlichen ist und man weiß so, hey, meine beste Freundin hat vielleicht schwere Depressionen und heute Abend ist eine Party und sie möchte gerne mitkommen, aber ich weiß, wie es ihr gehen kann. So, und dann stellt euch mal vor, ihr nehmt eure Freundin mit, seid gerade auf der Party angekommen und fünf Minuten später sagt sie, du, ich glaube, ich möchte wieder nach Hause. Mir geht es nicht gut. Dann bitte, bitte, tut mir den Gefallen. Wenn ihr eine gute Freundin sein wollt, versucht nicht, sie zu überreden, da zu bleiben. Ihr könnt einen Satz sagen und fragen, okay, wollen wir vielleicht erstmal was zusammen trinken oder möchtest du, dass ich dich jetzt nach Hause frage? Oder was weiß ich, wollen wir tanzen gehen, ne? Das wir nur trinken, wir jetzt nur ein Beispiel. Also, dass ihr sie nochmal explizit fragt und wenn die Freundin sagt, ich möchte gerne nach Hause, dann sagt, gar kein Problem, möchtest du dich nur von den anderen verabschieden, sollen wir gleich losfahren? Und wenn sie sagt, nee, ich möchte mich nicht mehr verabschieden, weil es natürlich auch eine unangenehme Situation ist, ne? So nach fünf Minuten haut man gleich wieder ab. Pack deine Freundin ein und setz dich mit ihr ins Auto oder ruf ihr ein Taxi, whatever und helf ihr, gut nach Hause zu kommen. Und sag ihr, ich fand es trotzdem super schön, dass du heute mitgekommen bist, dass du es bis zur Party geschafft hast und dass du auch hier eine gewisse Zeit das mit ausgehalten hast. Und ich finde es noch viel besser, dass du so gut auf dich achtest, dass du jetzt auch sagst, bis hierhin und nicht weiter. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal vielleicht wieder mitkommst und wir gemeinsam schön Zeit verbringen. Sei mir nicht böse, ich möchte gerne noch weiter auf dieser Party sein. Wenn ihr da gerne hinmischet, wenn ihr sagt, diese Party ist mir nicht so wichtig, ich bleibe gerne bei meiner Freundin, bietet ihr halt auch gerne an, mit zu ihr nach Hause zu kommen und dann, dass ihr zum zweiten Abend macht. Achtet da, wie gesagt, auf eure Bedürfnisse. Aber wichtig ist, dass nicht dieses, ja, aber nun komm und ist doch lustig hier und ach, das sind doch erst fünf Minuten und mhm. Und da ist man ja sehr bei sich und es hilft wirklich immer noch ein bisschen nach dem anderen, dann da in dem Moment zu gucken, ohne seine eigenen ganzen natürlich zu überschreiten. Aber das sind so Tipps, die ich euch aus meiner Erfahrung mit an die Hand geben kann. Weil ich ja meine Videos nicht mehr ganz so lange machen wollte und ich jetzt schon sehr, sehr viel erzählt habe wieder, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt für gewisse Situationen, schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann werde ich bestimmt auch nochmal ein paar zwei zu dem Ganzen machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr alles so für Ideen und Gedanken zu diesem Video habt und zu den Nachrichten. Vielleicht könnt ihr auch gerne sagen, was ihr denkt, was euch da geholfen hätte und in den Kommentaren, dass wir da so richtig in den Austausch kommen. Weil ich finde das immer super interessant, so ganz viele Sichtweisen einfach zu sammeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da wird es um das Thema gehen, Identifizierung mit meiner Erkrankung. Wie sehr bin ich eigentlich die Erkrankung oder was macht diese ganze Erkrankung mit mir als Persönlichkeit? Ich bin schon sehr gespannt, wie euch das dann gefallen wird. Wünsche euch jetzt aber erstmal einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Achso, und denkt natürlich dran, folgt mir auf Instagram. Da sehen wir uns dann. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020